Im heutigen Video schauen wir uns auf jeden Fall die Drop Details für einen nächsten sehr spannenden Comic NFT Drop an. Außerdem gibt es eine sehr wichtige Ankündigung von Vivi, was das Thema Payout betrifft. Und wir schauen uns auf jeden Fall den Omikus an. Wo geht es gerade hin und wird es so weitergehen? Das und sehr viel mehr jetzt in diesem Video. Willkommen an Bord, ich bin es, dein Captain, dein Vivi Uji mit den wichtigsten Vivi News, die du da draußen definitiv nicht verpassen solltest. Und ja, ihr seht es vielleicht schon, ich habe eine neue Kamera mir geholt. Wenn nicht, dann schreibt es mal gerne in die Kommentare, würde mich auf jeden Fall sehr interessieren. Ich habe mich, was das Ganze angeht, doch noch mal ein bisschen umgeschaut und jetzt eine Alternative gefunden. Wie gesagt, schreibt es mal gerne rein, falls die Qualität an dieser Stelle besser geworden ist. Falls nicht, ja, dann muss wohl die alte Kamera wieder her. Aber ansonsten würde ich auf jeden Fall sagen, viel Spaß jetzt an dieser Stelle mit dem ganzen Video. Und zum Anfang würde ich sagen, starten wir mit der Drop Ankündigung. Und zwar nämlich für morgen den Sonntag, beziehungsweise ich lade das jetzt in dem Fall Sonntag erst hoch, beziehungsweise nehme das Samstag auf. Deswegen, ja, entschuldige den einen oder anderen Versprecher. Und zwar wird der ganze Drop nämlich heute, denn im Prinzip am Sonntag um 17 Uhr deutscher Zeit stattfinden. Und wir werden hier an dieser Stelle Fantastic Four Hashtag 52 aus dem Jahre 1961 sehen. Und das ganze Comic ist tatsächlich ziemlich interessant. Hier einmal die Cover, die ich persönlich sehr, sehr gut finde. Und das ganze ist natürlich wieder eine relativ limitierte Edition an dieser Stelle. Natürlich nur 10.000 Stück, so wie immer. Außerdem ist tatsächlich hier etwas Neues mit dabei bei den Medium Artikeln. Und zwar nämlich, welche Edition tatsächlich auch die erste Public Edition ist an dieser Stelle. Die 186 ist die niedrigste Mint, die jedenfalls bei dem Drop bekommen werden kann. Ansonsten haben wir noch was Neues dazu. Und zwar nämlich Blindbox Purchase Limit One Pair Account. Das heißt, ihr könnt im Prinzip keinen zweiten im Rebound bekommen, sondern wirklich nur einen einzigen, was ich persönlich sehr, sehr fair finde. Ansonsten hat das Ganze natürlich wie immer exklusive Alt-Rare und Rare Cover. Und ja, ist meiner Meinung nach auf jeden Fall ein sehr interessantes Comic. Wenn man sich nämlich auch die Daten von Go Collect anschaut, ja, dann ist das auf jeden Fall kein schlechtes Comic. Außerdem haben wir, das habe ich jetzt gerade total vergessen, hier natürlich mit der First Appearance von Black Panther zu tun. Und der Charakter wird wahrscheinlich auch noch in den kommenden Filmen bzw. in den kommenden Jahren wahrscheinlich noch einiges an Rolle spielen. Aber ja, die Preise sprechen auf jeden Fall für sich. Und der Charakter selbst ist meiner Meinung nach auch ein sehr, sehr cooler Charakter aus dem MCU. Ja, leider ist ja der Darsteller verstorben, aber nichtsdestotrotz heißt es ja nicht, dass es nicht noch weitere Filme geben wird. Und ansonsten, für alle Leute, die sich so ein bisschen auch auf YouTube rumtraben, gibt es hier ein sehr schönes Update. Und zwar bringt nämlich Vivi jetzt in Kombination mit Corey, einem ehemaligen Vivi-Influencer, hier jetzt auch immer Videos. Zum Beispiel zu den kommenden Jobs raus. Zum Beispiel einmal hier zum Fantastic Four Hashtag 52 Comic gibt. Corey euch hier nochmal einen kurzen Breakdown. Und genau das gleiche auch nochmal für das Comic, was gestern gedroppt ist. Ist natürlich an dieser Stelle auf Englisch trotzdem sehr, sehr cool gemacht und sehr informativ. Deswegen schaut auf jeden Fall gerne rein, wenn ihr euch dafür interessiert. Und ansonsten kommen wir zu einer ganz kurzen Ankündigung, was das Thema Payout betrifft. Und zwar gibt es hier nämlich eine kurze Pause, weil sie hier nämlich einige Upgrades machen und einfach ein paar technische Dinge umsetzen. Danach wird es aber natürlich weitergehen. Das wird wahrscheinlich so ein paar Tage dauern. Ich gehe davon aus, dass wir das Ganze wahrscheinlich so in etwa zwei Wochen spätestens wieder haben sollten. Beziehungsweise dass das Ganze wahrscheinlich vier bis fünf Tage erstmal dauern wird und dann vielleicht am Wochenende nächste Woche wieder released wird. Wir werden sehen, aber auf jeden Fall ist das hier nichts Großes. Ein paar technische Upgrades sind, denke ich mal, ziemlich normal und unbedenklich, dass wir auf jeden Fall Payout an dieser Stelle nicht wiederbekommen sollten. Dann würde ich sagen, schauen wir uns mal den Omikus an, denn der ist auf jeden Fall ziemlich interessant momentan. Momentan seht ihr auch schon hier bei CoinGecko 12,9 Prozent sind wir hier an dieser Stelle momentan im Plus in 24 Stunden, was schon mal ziemlich gut ist. Und man sieht hier auch in den 24 Stunden einen ordentlichen Pump nach oben. Und wenn man sich das Ganze aber auch auf den 90 Tagen anschaut, ist das auf jeden Fall schon ein bisschen, was da hochgeht, aber nicht wirklich so super interessant. Und viele Leute werden jetzt denken, hey, das ist ja einfach nur so ein kleines Pumpen-Dump-Spiel und da passiert jetzt nicht viel. Aber es ist tatsächlich sehr viel interessanter, als man glauben mag. Denn es ist nämlich so, dass wir erstmal tatsächlich hier eine sehr interessante Zone haben. Wenn wir uns den ganzen Chart mal anschauen, dann müssen wir auf jeden Fall etwas sehr Interessantes beobachten. Erstmal ist diese rote Candle hier nämlich eigentlich gar nicht da, weil es nämlich gar nicht dem Normalen entspricht. Das heißt, ja, diese rote Candle hier an dieser Stelle nicht beachten. Aber ansonsten schauen wir uns das Ganze mal an. Wir haben hier einen sehr interessanten Bereich, wo der Preis mehrmals abgelehnt wurde. Genauso hier. Und dementsprechend ist das eigentlich ein Bereich, der sehr signifikant ist, wenn er durchbrochen wird. Jetzt sehen wir aber tatsächlich hier auch gerade, der Preis ist nach oben, hat eine Candle gebildet. Das heißt, es sind sehr viele Verkäufer in den Markt gekommen, haben den Preis wieder nach unten gedrückt. Jetzt wird es aber tatsächlich interessant, reagiert er hier auf dieser Zone und nimmt das Ganze als Support wahr oder nimmt er das Ganze als Resistance, fällt da drunter und fällt dann im Prinzip weiter ab. Schauen wir uns an dieser Stelle nochmal andere Exchanges an. Und wir hatten das tatsächlich auch schon im letzten Stream einmal besprochen. Und zwar ist nämlich hier dieser Triangel sehr interessant. Das heißt, wir sehen jetzt hier an dieser Stelle einmal die Triangel, die durchbrochen wurde heute mit einem ordentlichen Boost. Also wir waren ja auch in der Spitze bei 28 Prozent, was schon ordentlich ist, wirklich innerhalb von 8 Stunden. Jetzt sehen wir aber natürlich, der Preis wird hier an dieser Stelle absorbiert, beziehungsweise wird wieder nach unten gedrückt. Wir haben auch diese Zone, die sehr signifikant ist, durchbrochen. Jetzt wird es interessant. Rejecten wir wirklich hier auf der Triangel nochmal drauf, beziehungsweise hier in diesem Bereich. Das sind beides Zonen, die sehr interessant sind und auch sehr wichtig sind. Werden diese beiden Zonen gebrochen, wirklich nachhaltig. Dann gehe ich auf jeden Fall davon aus, dass es sehr wahrscheinlich ein Fake Out war. Ansonsten gehe ich aber davon aus, dass es tatsächlich eine nachhaltige Bewegung ist. Ich persönlich werde auf jeden Fall nochmal nachkaufen. Schauen wir uns das Ganze aber nochmal auf anderen Börsen an, wie zum Beispiel hier auf Ascendex. Und Ascendex gehört somit einer der zweitgrößten Exchanges, wo OMI gehandelt wird. Deswegen auch relativ wichtig an dieser Stelle. Und wir sehen jetzt auch hier gerade eine sehr interessante Bewegung, und zwar nämlich weiter nach unten. Jetzt wird es interessant. Ich habe an dieser Stelle die Träger nicht eingezeichnet, aber die müsste so etwa hier in diesem Bereich liegen, beziehungsweise bei dieser Support. Rejecten wir jetzt auf dieser Support? Nehmen wir dieses Support wirklich als Support mit oder rauschen wir einfach nur durch? Das wird jetzt auf jeden Fall sehr interessant werden. Das gleiche gilt an dieser Stelle für Gate.io. Hier testen wir jetzt gerade tatsächlich diese Zone an. Gate.io ist aber tatsächlich deutlich irrelevanter, weil dort einfach sehr viel weniger gehandelt wird. Aber nichtsdestotrotz auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Entwicklung hier gerade bei dem OMI-Token. Und wie schon gesagt, also ich gehe auf jeden Fall davon aus, dass wenn wir die Triangel beziehungsweise die Supports halten sollten, dass es dann auf jeden Fall weiter nach oben gehen könnte, bis hoch auf auf jeden Fall neue Level wie 0,0015. Das sind aber natürlich erstmal Dinge, die noch in der Luft schweben. Sollten wir wirklich diese Sachen positiv ausbauen, diese Zonen, dann sehe ich wie gesagt grün. Ansonsten gehe ich aber davon aus, dass wir tatsächlich nochmal weiter peilen werden. Das ist aber tatsächlich nur meine Meinung. Ich persönlich betreibe trotzdem weiterhin DCA. Mich lässt das ehrlich gesagt nicht zurückschrecken. Aber mit mir würde auf jeden Fall deine Meinung investieren. Wie gehst du gerade mit dieser Situation um? Kaufst du nochmal nach oder wartest du tatsächlich nochmal auf tiefere Preise? Schreibe es mir sehr gerne in die Kommentare. Und ja, das war es an dieser Stelle auch schon wieder mit dem ganzen Video. Wenn dir da draußen das ganze Video aber natürlich gefallen hat, gib dem ganzen Video doch sehr gerne ein Like. Und ansonsten bedanke ich mich auf jeden Fall riesig bei dir fürs Zusehen und wünsche dir noch einen wunderschönen Morgen, Mittag und Abend. Bis dahin, dein Käpt'n. Ciao, ciao.